Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. Ja, die Staffel zieht sich ein bisschen, muss ich ehrlich zugeben. In der letzten Folge, ich habe 45 Minuten wirklich, 45 Minuten lang gespielt. Ich habe das bei euch ein bisschen beschleunigt, weil es einfach wirklich nichts passiert. Außer diese menschenjagenden Muffelos ist letzte Folge wirklich nichts wirklich passiert. Wir haben natürlich noch ein bisschen hier ausgebaut. Auch ein bisschen hier, was haben wir gemacht, ein paar schöne Hosen hergestellt. Die Muffalo-Lederhose, die jetzt 205 wert ist. Aber ansonsten, natürlich wieder ein paar Leute sind ein bisschen bewusstlos geworden. Oder, na wie sagt man, benommen. Aber ansonsten ist einfach nichts wirklich Aufregendes passiert. Deswegen werde ich auch wahrscheinlich in dieser Folge wieder spulen. Ich weiß nicht, das habe ich nicht bestellt sozusagen. Ich habe ja eingestellt, reiner Zufall, extrem schwer. Aber es passiert einfach nichts mehr. Ich habe schon in der letzten Folge so ein bisschen spekuliert, ob ich das Spiel vielleicht kaputt gemacht habe. Aber ich weiß nicht. Also in 45 Minuten nur ein schlimmes Ereignis, würde ich mal sagen. Warte, wir können eigentlich mal, das können wir doch gucken, glaube ich sogar. Fraktion, Welt. Statistik, genau. Ah, nee, Statistik. Ich spiele schon seit 11 Stunden 8 Minuten. Größere Fahnen 22, Überfälle 16. Das kann man doch, glaube ich, auch anders da. Genau, hier. Ja, hier seht ihr es einfach. Wollen wir mal alle. Das ist alle, genau. Wie wenig, wie wenig dramatische Ereignisse hier passieren. In den letzten 30 Tagen. Ja, hier sieht man es. Was war das? Kann man das... Ja, einmal Raid, dann Hochze... Das sind auch noch positive Ereignisse. Ja. Okay, die Muffelos sind da aber jetzt nicht dabei anscheinend. Wir hatten hier ein Raid. Hier ein Raid. Hier hatten wir zwei Raids hintereinander. Ich glaube... Ich weiß gar nicht mehr, wie... Das könnten vielleicht sogar die Stammesmitglieder und die Piraten gewesen sein. Aber das ist auch schon ewig her. Ja. Irgendwie, diese Staffel ist relativ ruhig. Und ich weiß nicht, wieso. Wir könnten den Doomsday-Raketenwilfer kaufen. Und den dann irgendwann wieder verkaufen. Aber... Ah. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, wo ist der Überfall? Mechinoiden der Fraktion sind direkt in deiner Kolonie. Oh Gott. Die sind aber wirklich direkt in meiner Kolonie gelandet. Das ist nicht gut. Okay, ich habe, ich nehme alles zurück. Also das ist wirklich nicht gut. Die landen ja wirklich direkt da. Wie viel sind denn das? Oh, zwei, zwei fette. Was hat denn der? Der hat eine Inferno-Kanone. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Waffen. Sollten wir mal ausrüsten. Kutakeru kann nicht kämpfen. Stimmt ja. Ich würde mal sagen, die, die nicht kämpfen können, die sollen wir sowieso erstmal aussortieren. Scharfschützengewehr. Frenchy kann aber kämpfen. Engie kann auch kämpfen. Zweckert. Du warst halt schlecht, aber... Ah, du bist ein Raufbeult. Ja, dann lassen wir dich auch mal hier stehen. Oleg. Du kannst dir auch ein Energiegewehr holen. Hand. Energiegewehr. LC. Du nimmst ja dieses leichte Maschinengewehr. Sonja, du hast ja nur das Messer. Kaufmann, du kannst auch hier hingehen. So, jetzt ist die Frage, der wird mir gleich alles in die Luft... Oder der wird mir alles abfackeln. So, ihr treiben müsst nicht. So, na, kommt, lauft. Ich muss nochmal kurz gucken. Moschinto hat eine Waffe mittlerweile. Ja. Child muss nicht kämpfen. Nershi, du kannst dir auch ein Energiegewehr holen. Dorner. Du bist ein bisschen gestresst. Haben wir noch eine Waffe? Ja, den Dummste der Raketenwerfer gebe ich dir bestimmt nicht. Und Vector, du bist auch ein bisschen gestresst. Okay. Oh. Feuer. Oh, Eren hat auch keine Waffe. Muschinto, du kannst gerne mal hier hinlaufen. Oh, jetzt brennen sie natürlich alle. Das war nicht so gut, hier alle auf den Haufen zu stellen. Ah, jetzt schießen die sich gegenseitig ab. Das will ich doch auch nicht. Cody, geh mal ein bisschen weiter hierher. Na, kommt schon. Das kann doch nicht so schwer sein, die eine Raupe auszuschalten. Okay. Und dann... Ein bisschen mehr. So, ihr könnt eigentlich mal wieder eurer Arbeit nachgehen. Ah, Kolmejo wurde erschossen Geht ein bisschen näher ran, ein bisschen näher ran Ah, jetzt wird Hunter auch noch erschossen Ah ja, gehen wir ein bisschen mehr in Deckung Kommt schon ein bisschen näher ran Sehr gut, okay Wow, oh nein, wir haben ein bisschen Verluste jetzt dadurch erlitten Zwei Stück anscheinend Wir haben einmal Kolmea verloren, einmal Hand verloren Und die ganze Stromversorgung anscheinend So, und die Wände natürlich Weil die Wände nicht so schlimm sind Ah, das war natürlich echt teuer So, Holzbett Ah, die sind auch ein bisschen ungünstig gelandet, muss ich ehrlich sagen Das müssen wir wieder aufbauen Zwegard ist ein bisschen aggressiv geworden Ja, klopp dich mal mit dem Schwein Ja, das ist eine große Zechstelle Und die ist ein bisschen stärker Ja, da kriegen wir immer noch nicht... Oh doch, das Triebwerk kriegen wir fertig. Das kriegen wir jetzt fertig, soweit ich das sehe. Bis zum nächsten Mal. Nershi hat eine schwere Krankheit. Ich bin am überlegen, Dorna vielleicht wirklich mal... Oh, ich glaube Nershi. Nershi, du kommst auch mal in die Kryoschlafkapsel. Und Dorna, dich werden wir auch gleich mal in die Kryoschlafkapsel noch stecken. Ja. So, du kommst auch mal in die Kryoschlafkapsel. So, dann haben wir jedenfalls erstmal die nächsten Leute weg. Na, hab ich mir fast gedacht, dass ein Nershi gleich umkippt. So. Wie sieht's mit den anderen Infektionen schwer? Okay, ich glaub... LT sollten wir auch mal in die Kryoschlafkapsel stecken, bevor er drauf geht. Das könnte noch immun werden. Oh, Svegard könnte... Das wird auch schwer, den noch immun zu bekommen. Auch mal in die Kryoschlafkapsel. Sehr gut, das Drehbuchwerk ist jetzt auch gleich fertig. So, was machen wir jetzt? Wir brauchen noch mehr Stahl. Bauteile, wie viel sieht's aus? Haben wir 56? Könnten wir eigentlich den... Den Arbeitstisch könnten wir fast abreißen. Also den Stahl-Labor-Tisch können wir abreißen. Kann man noch irgendwas abreißen? Das Orbitale Funkfeuer vielleicht. Ich will eigentlich ungern noch Geschütze abreißen, aber... Haben wir eh noch nicht genug. Infektion schwer, wurde aber immun. Also ich warte noch ein bisschen. Zum Beispiel die Schmiede, die könnten wir abreißen. Die brauchen wir nicht. Die Mechanik-Werkbank lassen wir mal noch da. Die brauchen wir vielleicht noch. Was könnten wir denn noch abreißen? Den Fernseher. Ich weiß gar nicht, was der alles gekostet hat. Aber das können wir nachgucken. 100 Stahl, 8 Bauteile. Ja, da kriegen wir auch nicht viel raus. Nur bei dem Bauteil-Arbeitsticht, da würden wir auch nochmal ein bisschen was rausbekommen. Aber auch nicht so viel, dass ich sagen würde, das würde sich glaube ich lohnen. So, ich glaube jetzt ist es startbereit. Sehr schön. So, lass mich nochmal nachzählen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 haben wir. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Ja, wir brauchen noch einen Träger. Nur noch einen Träger und ein paar Kapseln. Kriegen wir den einen Träger noch irgendwie? Nee, wir haben ja momentan nichts. Also wir brauchen wirklich noch einmal Planstahl und dann haben wir es geschafft. die Look im Kleid Americans stark Glen Gracias. Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wieder ein bisschen Fleisch, Elefantenfleisch sogar vor der Haustür, nehmen wir gerne mit. So, ich glaube... Ja, den Arbeitstisch reißen wir mal ab. Die Vitalitätsmonitor können wir... Oh, stopp. Ein kleiner Überfall. Oh, der ist aber nicht klein. Oh, das sind schon ein paar. Da müssen wir auf jeden Fall die Geschütze einschalten. Und vielleicht mal kurz die Beschränkung auf die Heimat überall. Ah, die greifen auch von oben ein bisschen an. Da müssen wir auch die Geschütze hier oben nochmal anschalten. Da, ja, betätig ich den. Gut. Ah, guter Geru. Lauf, 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 lauf. Ah, der ist natürlich ganz knapp aus der Reichweite raus. Na, nein, lauf weiter. Hä, wo laufen die denn jetzt lang? Können wir die ein bisschen anlocken? Ja, den einlocken wir an. Sehr gut. Ausziehen. Und das können wir alles mitnehmen. Ah, ich verstehe. Die wollen wieder hier durch. Na. Okay, okay, okay. Das ist nicht gut. Juan, komm mal her. Wir hatten noch eine Waffe. Ah, ich glaube, wir haben gerade nicht ganz so viele Waffen ausgerüstet. Haben wir hier noch ein paar? Nee, das sieht nicht gut aus. Da, ja. Hat auch keine Waffe gerade ausgerüstet. Oleg, hol dir mal ein Energiegewehr. Da, ja. Du holst dir auch mal noch ein Energiegewehr. Angie, du brauchst auch auf jeden Fall mal ein Energiegewehr. Oder ein Scharfschützengewehr, vielleicht das. So. Einer weg. Hey, 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 hey. Mach unsere, unsere Kryo-Schlafkapseln nicht kaputt. Okay, sie fliehen. Lass ihn laufen. Ist okay. Gut, wir haben hier ein paar, die wir nochmal ausziehen können. Und dann müssen wir auf jeden Fall hier nochmal die Holzwand fertig bauen. Ja, hier brauchen wir die Kühlung nicht mehr unbedingt. Den könnten wir eigentlich gefangen nehmen und, ja. Und freilassen. Wir ziehen aber ihn erstmal aus und dann nehmen wir ihn gefangen und lassen ihn frei. So. Das ausziehen. Ausziehen die Geschütze natürlich aus. So. Und dann lassen wir ihn wieder frei. Dein Ernst? Vektor? Dein Ernst? Du hast Angie jetzt zu Tode geprügelt? Das hat er echt nicht verdient, oder? Verstehe ich nicht. Na gut, warte, haben wir jetzt genug? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ne, wir haben immer noch 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Eine fehlt noch. Du willst es wohl nicht anders, da, ha? Na, kill ihn. Muschito, du kannst gerne helfen. Na okay. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr drauf zu hauen. Wir haben ihn, wir haben dich freigelassen und du rastest trotzdem aus. Unverschämtheit. Uns fehlt also noch eine Kryoschlafkapsel. Ich will auch ungern eigentlich irgendeinen Kolonisten zurücklassen. Die sind mir doch jetzt alle ans Herz gewachsen. Es wird keiner, kein Mann wird hier zurückgelassen. Kein Mann und keine Frau wird hier zurückgelassen. Das ist, das ist mein, mein Gesetz hier. Bei meinem Let's Play. Es wird bis zum bitteren Ende gespielt. Und es wird auch niemand zurückgelassen. Wieder Vorratskapsel. Wieder Besucher, bitte. Bitte Planstall. Ne. Es ist einfach, es ist einfach gerade so ein bisschen das Gesetz. Es gibt keinen Planstall für mich. Ich habe das Gefühl, ich werde die Kolonie gleich, also ich werde gleich gewonnen haben. Aber nur deswegen, weil hier einer drauf gehen wird. Ah, Alter 28, 52. Ja gut, so alt sind sie jetzt auch noch nicht. So lange spiele ich auch noch nicht. Das ist ja... 23, 43, 43, okay. Ne, die werden wahrscheinlich noch nicht sterben, weil sie zu alt sind. Ich bitte um einen Großhändler. Ein einziger Großrentar müsste reichen. Könnten eigentlich auch hier die Sachen mal abreißen. Die brauchen wir halt auch nicht mehr. Ach, ein Waffenhändler. Naja, besser als nichts, würde ich sagen. Ein verrücktes Tier. Riesenskarabeus. Da machen wir mal der Schütze da nochmal an. So. Verkaufen, 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 verkaufen. Also ich meine, gut, Silber haben wir jetzt auch mittlerweile so viel. Blastahl Langschwert, 6000. Blastahl Speer 2000. Blastahl Speer 1000. Ich würde ja fast diese Sachen kaufen, aber ich glaube, da kriege ich dann 20 Blastahl raus, wenn es gut läuft. Ich kaufe mal den einen Blastahl Speer. Der gibt locker nur 20. Haben wir noch einen Handwerker irgendwo? Kaufmann, ja. Du könntest mal vielleicht dieses... Ah, Moschinto macht es schon. Ah, nee, ich wollte nicht, dass du den Schlaggebrochen verarbeitest. Ich wollte mal kurz, dass du das Blastahlmesser verarbeitest. So, die EMP-Granate. Da könnte Blastahl auch drin sein, aber ich denke eher nicht. Stahl. Ja, den Blastahlmesser, äh, den Blastahl Speer. 20 Blastahl. 45. Das ist gut, das ist gut. Okay. Okay, ich habe das Ganze unterschätzt. Dann kaufen wir den anderen auch noch. Vielleicht den überlegenen oder das... Nee, das können wir uns nicht leisten. Sonst könnten wir nichts verkaufen. Ah, das können wir uns auch nicht leisten. Gut, dann können wir den guten noch kaufen. Gucken, was der jetzt gibt. Auch nur 45. Schade. Hätten wir jetzt noch ein bisschen mehr? Jetzt haben wir... Wie viel Blastahl haben wir denn jetzt? 94. Ja, es fehlt noch ein bisschen. Wann kommt der Großhändler? Jetzt habe ich halt auch wirklich das ganze Silber verkauft für die paar Sperre. Aber wir sind jetzt schon wieder bei 45 Minuten gleich. Oh ja, ein... Bieten wir Sicherheit? Oh Gott. Ja, ich meine, wenn wir sowieso das eine noch bauen können, dann können wir auch Sicherheit bieten. Oh, dann kommt es auf den einen oder anderen Kolonisten auch nicht mehr drauf an. Der Roh. Du bist ein guter Tierpfleger eigentlich, aber ich glaube, ich will dich lieber als Bauarbeiter mal einstellen. Triggerreiniger vielleicht? Ja. Landwirt. Ne, Landwirt wäre ganz gut, glaube ich, ja. Ach du Schande. Ups. Das sind doch zu... Die haben aber viele Schilder. So, Moment. Dann müssen wir uns doch kurz drum kümmern. Dann Kodi, du kommst natürlich auch... Erin, du kannst das Energiegewehr dir mal holen. Roh, du nimmst dir auch mal ein Energiegewehr. Sonial. So. Was war denn jetzt los? Kodi, du kommst auch mal hierher. Könnte mal jemand... ...bitte, bitte, 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 bitte das anschalten? Betätige den Schalter mal, Frenchy. Sehr gut. Da wird auf jeden Fall gleich mal ein Geschütz noch in die Luft fliegen. Ah, Frenchy, Frenchy. Frenchy, lauf! Das war jetzt, glaube ich, jetzt ein bisschen ein Fehler, glaube ich. Erin, lauf! Natürlich ist Erin jetzt auch tot. Gut. Okay, das war... Das war nicht so, wie ich es haben wollte eigentlich, aber gut. Jetzt können wir auch... Jetzt können wir auch fliehen. Okay, das war die letzte Folge, Leute. Oh, rohe müssen wir natürlich auch zur Kryoschlafkapsel noch bringen. Nicht, dass wir jemanden vergessen. Ich glaube... Ja, wir müssten jetzt eigentlich genug haben. Bin jetzt nicht alles täuscht. Habe ich irgendjemanden vergessen? Ich glaube nicht. Hier oben brennt noch was. Das ist aber nicht so schlimm. So. Ich stelle mal kurz alle neben... ...neber die Kapseln, wo noch frei sind. Da ist einer drin. Da ist niemand drin, da ist niemand drin, da ist niemand drin. Und hier ist auch niemand drin. So, ich glaube, das müsste jetzt klappen. Okay, jetzt ist hier einer gleich drin. Dann müssen wir mal gucken, ist hier... Hier ist einer drin, hier ist einer drin, hier ist einer drin. Nichts, 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 nichts. Da sind, glaube ich, überall welche drin. Da sind auch überall... ...keine drin. Okay, ja, Moment, wir müssen noch eine... ...noch eine müssen wir bauen. Die können wir aber hier hinten dran setzen. Daher übernimmt das mal ganz kurz noch. Machen wir überall mal Bauarbeit da rein, einfach so, zum Spaß. So. Okay, sie ist fertig. Gut, Leute, wir können endlich... ...weg. Wir haben alle... ...wir nehmen alle mit. Wir haben niemanden vergessen. Steuerung, Batterie, das ist jetzt auch nicht mehr wichtig. Betrete die Kryo-Schlafkapsel. Betrete die Kryo-Schlafkapsel. Jetzt sind am Schluss... Moment, wir essen noch alles gestorben. Wollen wir die vielleicht noch kurz beerdigen? Eigentlich hätten sie es schon noch verdient. Könnt ihr mal noch kurz alles reinigen. Okay. So. Aha, wobei, sie sind alle ein bisschen gestresst. Okay, Kaufmann kann eh nicht beerdigen. Dann darfst du dich schon mal in die Kryo-Schlafkapsel setzen. Aha, die sind alle nahe Kollaps. Komm, nein, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt. Bei Daya könnte noch... Daya könnte es noch machen. Kocht eine leckere Mahlzeit. Ruhlt sich aus. Ja, okay. Vektor kann auch nicht beerdigen. Cody. Cody müsste aber noch beerdigen können, glaube ich. Ja. Nee, ist auch kein Träger. Okay, Cody darf auch... ...darf auch gehen. Ja, wir gehen jetzt einfach alle. Ich glaube, von uns liegt hier auch keiner mehr, oder? Doch, Frenchy, Frenchy wollen wir noch beerdigen. So, Frenchy, das war es, glaube ich. Ja, und jetzt werden wir wohl gehen. Na, da ist noch was frei. Und hier, so. Noch mal seltene Trumbus, die schauen wir uns noch an. Ja, es hat jetzt lang gedauert. 31 Folgen. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, wenn ich die nicht ein bisschen länger gezogen hätte. Wir starten jetzt. Start bereit. 3 2 1 Starten. Dein Raumschiff ist gestartet und hat die folgenden Kolonisten mitgenommen. Folgende Kolonisten wurden zurückgelassen. Niemand. Deine Schiffs-KI wird versuchen, das Raumschiff an einen sicheren Ort zu bringen. Vielleicht findet sie hier im System einen Blütenplaneten für euch, oder sie unternimmt eine Jahrhundert andauernde Reise zu einem anderen Stern. Es kann aber auch sein, dass sie sich dafür entscheidet, ein paar tausend Jahre unter dem Eis eines Asteroiden darauf zu warten, dass hier jemand eine neue Glitzerwelt aufbaut. Du wirst es erfahren, wenn du wieder erwachst. Also ich muss sagen, die Staffel hat sich wirklich am Ende ein bisschen rausgezogen. Das war auf jeden Fall nicht das, was ich wollte. Also die ersten Folgen waren sehr spannend. Wir hatten zwischendrin immer so kleine Folgen, wo es ziemlich knapp geworden ist. Aber die letzten, ich weiß nicht, die letzten 10 Folgen, das war wirklich, weiß nicht, das hat sich ein bisschen gezogen. Also ich werde wahrscheinlich keinen Planeten mehr nehmen, wo kein Fels ist. Es dauert einfach zu lange. Ihr habt einfach gesehen, ich habe verzweifelt Blascha gesucht. Und Stahl generell. Und ja, ich habe keinen gefunden. Wenn euch natürlich sowas gefällt, dass sich das auch so mal ein bisschen zieht, was ich natürlich nicht glaube, dann könnt ihr mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir auch jeden anderen Wunsch in die Kommentare schreiben. Also wenn ihr Vorschläge habt, was die nächste Konie, wie sie laufen soll, was ich vielleicht noch verändern könnte oder Schwierigkeiten von mir aus. Was ich nicht unbedingt machen will, sind so Challenges mit, du darfst keine Fernkraftwerfen benutzen oder sowas oder darfst keine Geschütze bauen. Die finde ich, ich weiß nicht, so ist das Spiel halt nicht gemacht worden. Aber ihr könnt mir gerne alles mal reinschreiben. Ich lese mir das gerne durch und werde dann natürlich in der nächsten Staffel schauen, wie ich das mache. Jetzt kommt erstmal natürlich das Rimworld Alpha 14 Update. Da gibt es wahrscheinlich, wie ich gelesen habe, ein paar, ja was war das, ein paar Szenarien. Da werde ich auf jeden Fall ein bisschen was ausprobieren und ja, dann mal schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe halt, die Staffel hat euch gefallen und mal schauen, wann wir uns wiedersehen. Bis dahin, noch viel Spaß beim Abspannen und danke wie immer fürs Zusehen. Bis dahin, noch viel Spaß beim Abspannen. .